Sie sagt wahrscheinlich genau das gleiche, ne? Die Sicht ist nicht schlecht aus hier. Öffnen. Öffnen. Ich benutze die Karte mit dem da. Ist das Licht an, weil wir es angelassen haben? Da ist das Klebeband. Ah, ich mein Kaugummi. Ah, das ist eine Kaffeekanne. Ah. Die steht im Vordergrund. Jetzt sehe ich das auch. Ich habe vorher diesen Teil ignoriert. Ich dachte nur, das wäre Teppichmuster. Ja, es ist Toilettpapier. Auch nicht. Wer ist der fairest von ihnen alle? Ich sage wirklich immer das gleiche. Okay. Gemälde. Bett. Lichtschalter, Radio, Fernseher. Kaugummi ist halt das einzige, was hier irgendwie nicht Standard ist, ne? Kannst du es anschauen? Das stimmt. Das ist total schön. Ähm, Radio. Natürlich. Wir unterdrücken unsere Hostile-Takeover-Nonstop-Musik mit diesem wichtigen Messag. Fluoride ist eine Konspiratie, um die Kinder zu schmerzen. Und jetzt zurück. Schnauze. Äh, Lichtschalter. Schaut so. Schaut so gut aus. Es ist ausgerichtet. Mhm. Dieser Kanal ist nur statisch. Dieser Kanal ist nur statisch. Es zeigt jetzt, dass ich meine Kaffeekanne- Es zeigt jetzt, dass ich meine Kaffeekanne- Es zeigt jetzt, dass Banane, Banane, Banane. Schaut so gut aus. Es sieht gut aus. Es ist jetzt schon schmerz. Das ist schon wieder, ja. Ähm, gut, dann haben wir hier wirklich nichts zu tun, oder wie ist das? Fingerabdrücke kann ich hier nirgeln? Naja, hm. Nee, von Edmund? Warum brauchen wir von Edmund irgendwas? Ich wüsste nicht was. Oh. Ah. Ah. Was war das alles? Warum konnten sie mich nicht sehen? Ich bin tot. Hm. Well, I guess that's probably what I deserve. About time you've joined us in the land of the almost dead. Who are you? I'm Xavier, the head ghost, and I'm in charge of the ghosts. I run a tight ship. Everyone must pull their weight or face the penalties. What do you mean, pull their weight? Don't ask. Time to update the schedule for everyone to follow. Clara, you're on elevator duty. Don't let anyone get to the penthouse. I was just on elevator duty. No arguing. Now, Vergil, keep up the good work on front door duty. Don't let anyone in or out of the hotel. It's about time the living started realizing who's really in charge around here. That doesn't seem right. That's irrelevant. That's irrelevant. New ghost, you're going to scare at least two people who try to use the drinking fountain in the lobby. Okay. Everyone to work. What are you waiting for, Clara? By the way, your brother died. Chuck's dead? When did that happen? I'm free of Chuck's tyranny. That is, I know he would have come here to tell me off if he could. I wonder why this head ghost seems so bossy. I've got to scare someone? Hmm. Maybe I have special powers. The Hotel Tron 3000 seems that gum appears to be the only evidence that Franklin was ever in this room. Okay. Wir können aber... Oh! Oh! Wir können wechseln. Oh, praktisch. Warte mal einen Moment. Betrachte Boo-Hoo-Liste. Finde ich gut. Hoffnungslose Dinge, die ich tun sollte. Rede noch mal mit Delores. Ja. Besuche Chuck's gruff zum Abschluss. Ach Gottchen. Erschrecke eine Person am Wasserschwender. Erschrecke eine weitere Person am Wasserschwender. Flüchte in das Jensatz. Okay. Mit ihm kommen wir überall jetzt hin, oder was? Hm? Sieht gut aus mir. Okay. Komm, warte mal. Oh! Klage, Stöhne, Spritze, Zappe, Staue, Verzage, Kühle, Rede, Puste. Äh, Puste. Äh, Puste. Schade. Äh, Rede. Warum kommen wir nicht mit hier reden? Schade. Spritze. Spritze, best. Eins. Komm jetzt in den Spiegelschorn vielleicht. Komm jetzt in den Spiegelschorn vielleicht. Oh, 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 oh. Das werden wir ja keine Eh formerly genutzt. Ok. Erstmal ist es eine Ehre mit der, dass ich nicht sehen kann, wie condition했어. Mal müsste ich nur oben ne место zu binden gehen. Das ist schön, das sind schöne Knöpfe hier. Ich kann nichts tun, richtig? Du weißt, ich weiß nicht, was ich meine, wenn ich sage, du weißt. Meine Mutter hat immer gesagt, ich würde nicht zu viel. Bleu war nie mein Lieblingsfarbe. Vielleicht sollte ich nur ein Hohle finden, um zu schlafen. Das ist schön. Kühle den Spiegel. Oh. Okay, das heißt... Vielleicht ist es eine Schmerz, dass ich nicht sehen kann, wie schlecht ich sehe. Können wir sie denn ankühlen, ja? Kühle Bett. Okay. Okay, dann können wir hier... Es hilft nicht, ne? Wir kommen hier überall rein, raus und durch. Aber ich will hier überhaupt nicht überall rein und raus und durch. Können wir mit ihm vielleicht nach oben? Ähm... Zappe... Ah... Der Elevator ist nicht auf dem Platz. Sehr gut, ich komme ja schon. Ich meine, äh, der kommt ja schon. Ah, coole Idee. Oh, hi Clara. Oh, hi Clara. Du solltest deinen Job machen, um jemanden in der Lobby zu schrauben, statt mit mir zu sprechen. Du willst nicht Xavier schmerzen. Xavier? Wir müssen ja trotzdem runter hier. Du solltest... Ja, sehr... Ich will gerne eine Gans nach oben mal. Entschuldigung, aber Xavier hat gesagt, dass niemand in das Penthouse gehen könnte. Alles klar. Reden heute... Aha, aha, aha. Gelang in das Penthouse. Ja. Da müssen sie irgendwie loswerden vielleicht. Können wir nach unten erstmal. Da ein paar Leute erschrecken. Ich glaube nicht, dass wir daran gut sein werden. Sonst geil sind wir jetzt nicht so tipptopp unterwegs. Mal wieder falsch. Aber ich kann jetzt in den Ballsaal. Wahrscheinlich. Es ist Chaos in da. Ich denke, dass sie sich für etwas befestigen. Ich warte, bis sie sich fertig befestigen, bevor ich rein gehen kann. Es ist deutlich zu viel Lipstick. Voraussetzung. Deutlich zu viel Lipstick. Deutlich zu viel Lipstick. Ahhhh... Dann war's da spinne, ne? Ahhhh... Uuuuuuuu. Ich bin... Uuuu. So. Uuuu. Hallouu. Hallouuu. Interessiert ihn nicht, ne? Nicht so ganz. Ich bin hier. Hier? Ah! Ha! Geh real! Das ist total nicht das größte! Was ist hier passiert, Abu? Ich besser raus! Oh, es ist nur das dringende, Abu Fountain. Als es nicht etwas sehr, Abu, dann werde ich nicht nennen unsere Pläne. Nicht schlecht! Jetzt musst du jemanden finden, um zu schrauben. Dann hast du deine heutige Quotation. Ich muss jetzt zurück zu arbeiten. Wie lange bist du auf der Tür-Tür? Bis Xavier sagt, dass wir für den Tag fertig sind. Jetzt, tiefes Lass. Jetzt. Es gibt einige Steine auf dem Boden. Was? Das könnte eine hauptische Gold-Panning sein. Ich muss fokussiert bleiben und das Verlust zu lösen, damit ich weiterkommen kann. Wir können mit ihr nach unten gehen hier. Mit ihr funktioniert das ja. Also sie sollte sich dann vielleicht auch hoffentlich erschrecken. Jemand anders sehe ich hier halt nicht. Aber ich finde auch, man sieht so geschweben. Okay. Vorher war das nicht der Fall. Tja. Ich hoffe mal, das geht. Ansonsten wüsste ich nicht mit wem das passieren sollte. Stellen wir uns mal ins Wasser, Dingens. Hi. Ah. Nip, 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 nip. Schlürf, schluck, schlürf, schlürf. Ah. Das haben wir schon mal gehört. Okay, mal schauen. Ah. Okay. Jetzt hier. Trinkbronnenspritzen nochmal. Die einzige Explanation für das ist, dass die Pläne hier sehr schluss. Ja, aber der andere kommt in den ja nicht rein. Nein. Das ist nicht die Reaktion, die du wolltest. Ist das? Was ich wollte, zu sagen, war... Oh mein. Ich bin so schockt und starrt. Bitte, schaff mich von mir selbst. Was ist hier passiert, Abu? Der Trinkfontein hat einen kleinen Moment. Oh, es ist nur der Fontein, Abu? Es war begrenzt überzeugend. Ich bin überrascht, dass du es in dir hattest. Zeit für ein anderes Ghost-Meeting. Clara? Virgil? Geh jetzt hier jetzt. Wir dürfen jetzt einen Fahrstuhddienst haben. Virgil, gute Arbeit an der Tür. Das sollte es für heute machen. Neue Ghost. Average-First-Scares. Keep practicing. Clara? Bleib auf dem Elevator-Duty. Ich brauche ein bisschen Privacy. Das ist schrecklich unfair. Warum haben die Leute den Tag für den Tag gewonnen? genug zu schlägen. Erinnerst du, was letzte Mal passiert? Alles klar, alles klar. Entschuldigung über ihn. Wir wissen nicht, wer ihn in Ordnung hat. Ich würde gerne nach draußen, glaube ich. Können wir das? Es ist ein Revolta... Warum kann ich nicht verlassen? Oh. Warum kann ich nicht verlassen? Das ist nicht schlecht. Ich glaube, es ist Xavier, mich hier in diesem stupiden Hotel. Es ist ein Elevator. Der Elevator ist nicht auf dem Boden. Der Elevator ist nicht auf dem Boden. Ich komme hier schon. Können wir mit ihm reden? Buh. Ja, vielleicht nicht. Es ist genug. Xavier sagt, sprechen auf dem Boden ist nicht auf dem Boden. Auch, ich spreche nicht mit neuen Ghosten. Lass mich alleine. Hallo? Interessiert sie das nicht, ne? Meine Toys werden nie gemacht. Xavier sagt, sprechen auf dem Boden. Also, lass mich alleine. Der Elevator ist kaputt. Der Elevator ist noch nicht auf dem Boden. Ich kann mit ihr halt noch... Ah, ah. Mit ihm kann ich probieren, dass Delores ins Hotel kommt. Oder wie ist das? Ich finde raus, was mit Franklin passiert ist. Ransom, willst du keine Dissertion? Ja. Ich würde gerne mit ihr noch mal auf Zimmer 701 gehen, weil da waren wir bisher noch gar nicht. Die Türen sind geschlossen. Die Türen sind geschlossen. Das sieht gut aus. Das ist ein Passport. Das ist ein deutsches Passport für Boris Schulz. Der Boris, natürlich. Schmosebär. Chuck´s Wunsch ist überall in dieser Stadt. Auch von seinem Graf. Es wird jetzt kalt. Das Label sagt Pillow-Bear. Ich frage mich, wie es hier wurde. Aber hier ist sonst aber nichts drin. Wir haben den Reisepass. Da kommen wir... Fingerabdrücke vielleicht auch von... Na, Fingerabdrücke wäre Quatsch, oder? Ich will nicht die Paulder auf dem. Ich brauche die Mordwaffe. Ich will nicht die Paulder auf dem. Ich brauche die Mordwaffe. Ich glaube, dann haben wir hier... Ich hoffe mal, dass ich immer nichts übersehe. Nichts, was lustig sein könnte oder interessant. Ich hoffe mal nicht. Bisher ist das Spiel doch ziemlich geradlinig in dem Sinne. Ohne viel Schnickschnack. Okay, das heißt... Achso, ich benutze mal die Karte hier, glaube ich. Hoffentlich. Das da. A-Street Hauptstraße. Ich versuche mal, ob ich darüber dann jetzt... Ähm... Da... Dass da ein Foto drin ist. In dem Fingerabdruck... Äh, hier. In dem Passwort. Reisepass. Nutze Reisepass. Fällt schon. Ja. Okay. Schöner Nadeldrucker. Wunderbar. Identitätsbericht. Das ist der Identitätsreport, den ich erwartet habe. Und damit... Was sagt er? FaceStron Report Job... Viel... Äh... Input Foto. Input Personalausweis. Deutscher Reisepass. Output. Foto identifiziert. Als verdächtiger deutscher Geschäftsmann Boris Schulz. Genauigkeit 100% Fehlerrate 0%. FaceStron 3000% Pending. Pilotronics Inc. Das heißt, das ist der Typ, was wir uns schon sehr gedacht haben, weil wir waren zufällig beim Mord dabei. Ach, das ist gut zu wissen. Das heißt... Wir haben einen Teil wieder geschafft. Das ist super. Sehr gut. Die Häkchen nehmen eine schöne Farbe an hier. Ähm... Papiere. Analyse des FaceStron. Ja. Jetzt können wir theoretisch schon in den... In den... Ja, ist sehr gut. Theoretisch auch schon da oben reinpacken, ne? Dann haben wir es zumindest los. Dann... Dann sind wir es los. Ähm... Da. Es scheint nicht zu funktionieren. What? Was habe ich mit der Anleitung gemacht, ne? Es scheint nicht zu funktionieren. Es scheint nicht zu funktionieren. Was? Was? Ja, aber... Na gut, dann machen wir das später vielleicht. Dann machen wir das später. Schade. Okay, dann habe ich hier jetzt mit nichts zu tun, glaube ich. Und ich würde auch sagen... Ich gucke nochmal kurz, wo ich das nächste Mal hin möchte. Wir müssen ja... Warte mal. Wir müssen noch einiges machen hier. Mordwaffe. Das wäre sehr sinnvoll, ja? Fingerabdrücke von der Mordwaffe, ja? Analyse vom Finger von... Die drei Sachen kann ich nur machen, sobald ich die Waffe habe. Blutprobe. Was haben wir hier als nächsten Block? Blutprobe von der Leiche. Haben wir. Finde einen verdächtigen Gegenstand mit Blutspuren. Hier ist die Brieftasche. Wir brauchen eine Brieftasche aber vom Ransom, vom Zirkus. Besorge eine Analyse des Platons. Die hängen auch wieder zusammen hier. Drei Analysen in den Arrest schon, naja. Gehe ich rede mit Dolores. Warum mit ihr ich reden muss? Ich weiß es nicht. Damit wir sie vielleicht ins Hotel locken können. Aber warum sollte Frank mit ihr... Ich weiß es nicht. Gehe ich rede mit Ransom, dem Clown, ja. Kanalisation, Pilze. Okay. Ähm... Okay. Das heißt... Mit ihm hier bin ich gerade mal... Hier. Ist ja eigentlich egal wahrscheinlich mit wem ich da hingehe, ne? Ich finde sie so ein bisschen... Ich will nicht sagen sympathischer, aber zumindest irgendwie ein bisschen aushaltbarer. Ohne das jetzt werden zu wollen. Alter Zirkus. Radiosender. Gehen wir mal. Da im Hotel sind wir glaube ich erstmal... Soweit es geht durch. Alter Zirkus. Ich will gerade nicht zum Zirkus. Na doch gehen wir zum Zirkus. Na woher ich geh zum Radiosender. Halt. Da waren wir nämlich noch gar nicht. Zirkus haben wir schon mal gesehen. Von daher machen wir das hier. 198,7 FM. Ah schicke Blumen hier. Kschwumm. Ne Skam. Kschwumm. Case Skam. Wurde grad sagen. Äh... Können wir reingehen. Können wir hier... Phonetron 3000. Phonetron 3000. Okay. Interessant. Ja es sind überall Röhren. Hallo. Ich geh direkt mal hoch glaube ich hier. Lass mal angucken. Das ist die Radio Broadcast Tower. Broadcast? Oh, was ein Broadcast aber auch. Radiosender, ja. Wollen wir da hoch? Ich guck erstmal. Ach Gottchen. Na hoppla. Tja. Ohohohoho. I'm not climbing that. I'm afraid of heights. No way. No. I'm afraid of heights. Oh. No way. No. 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 No way. Was für Norwegen? Ähm... Dann halt nicht... Das ist der Weg.